Fällt dir das am Morgen in die Gänge kommen auch manchmal ein bisschen schwer, so ein bisschen Morgenmuffelartig? Dann probiere doch einmal den frischen Kick vom Morgenmuffelduschgel mit seinen Inhaltsstoffen wie ein Hauch Pfefferminze, Rosmarin, Lämmangras. Das weckt so richtig die Lebensgeister. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, dir einen guten Start in den Tag zu wünschen. Untertitelung des ZDF, 2020